Hallo, grüß euch von Tiroler Schmäh. Wir haben uns heute versammelt, der Stixi, der Chrissi und meine Wenigkeit, um eine besondere Delikatesse zu genießen. Du weißt noch nicht, ob was es geht, aber wir haben da schon einen kleinen Tipp. Da haben wir eine Dose öffnen, gell? Und wir werden heute, eh das wisst ihr schon, Sauce Trömming Filets genießen. Hast du einen Vogel oder was? Ja, das tut ja jeder. Das ist ja langweilig. Hallo, wir sind Musiker, wenn, dann spielen wir dazu. Nein, das kannst du nicht bringen. Wie möchtest du denn da Musik spielen, wenn das zeitfristig ist? Mir tut das nichts, das ist mir völlig wurscht. Nein, jetzt hör auf. Ja, pass. Dann nehmen wir die Challenge an. Wir spielen. Weiter geht's nach dem Intro. Du weißt schon, du das jetzt auch. Schlappert, jetzt warte mal. Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Wir tun mal die Zuschauern. Ja, passt Manu. Dann würde ich sagen, machen wir auf. Mir tut das nichts. Wir spielen. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Au. Au. Oh, 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 oh. Machen wir ihn auch! Jetzt geht's in den Halbacher Löffel. Muss man auch mal! Einen Löffel! Einen Löffel! Paul, einen Löffel! Paul, einen Löffel! Ja, aber das singen wir auch besser! Singen wir auch! Wenn wir klimmende, schwindelnde Höhen Schleien nimmt der Gipfel zu In unserem Halten Wenn wir etwas sehen In unserem Himmel Ja, ja! Herrliche Berge Sonnige Höhen Sein Tag hat Runden zu viel Ja, wir Ja, wir Machen, spiel mit! Spiel mit! Zwei, drei! Holala! Sing! Wenn wir aklimmende, schwindelnde Höhen Bei Quagabunden sind wir Ja, wir Herrliche Berge Sonnige Höhen Bei Quagabunden sind wir Ah Take it out! Oh meinst du? Oh meinst du? Oh meinst du? So, jetzt für den Grissi. Wie? Für den Grissi, ich krieg jetzt auch noch ein Happerle. Auch noch für den Grissi. Alter, ist das zart. Mhhhhh! Muss man noch Milch? Wenn ich kurz in schlau... War wohl geil. Cut! Jetzt ist es aus. Ohne geht noch! Ohne geht noch! Einen Stikel noch! Einen Stikel noch! Einen Stikel noch! Einen Stikel noch! Einen Stikel! Einen Stikel! Schau, schau, schau! Hast du's geschluckt? Nein, ich bring's nicht! Das ist Wahnsinn! Mhhhhh! Wappertal! Hallo Schnaps! Manu, was ist jetzt? Manu, was ist jetzt? Was ist jetzt hier im Recknis? Das ist locker. Wir haben gestern noch telefoniert. Manu hat gesagt, na, ist kein Problem. Das packt man locker. Griesi, wie empfindest du das Ganze? Das ist total herrlich. Manu, du hast mir gebraucht noch Schnaps. Manu, da kommt alles in der Nase. Gesundheit! Gesundheit! Ah! Ah! Ja, Freunde. Wie gesagt, wir haben es probiert. Manu, was ist jetzt dein Statement? Was ist jetzt dein Statement? Er packt es immer! Aus! Ja, ich möchte euch bei allen bedanken für's Zuschauen. Wie gesagt, folgt uns. Lasst uns einen Follow-Button da. Haut ein Like in die Kommentare. Und wir spielen für euch jetzt nochmal zum Abmoderieren. Wenn wir erklimmen. Eins, zwei, drei, vier!